Das ist Benni. Benni hat ganz viele Talente. Er kann vor der Kamera stehen und sprechen und zeitgleich sogar das Türchen von einem Schwarzwaldkalender öffnen. Bei Frauen würde das schon als Multitasking durchgehen. Was Benni nicht weiß, die von Schwarzwaldradio haben seinen Kalender präpariert und an irgendeinem Tag, wenn er an nichts Böses denkt und das Türchen aufmacht, kommt da plötzlich. Und das kann ja nun wirklich keiner wollen, oder? Hey, Uwe Karsten hier. An Heiligabend stehen wir gemeinsam auf und bei allen Vorbereitungen vormittags bin ich dabei und kontrolliere persönlich, ob bei jedem von euch der Baum gerade steht. Bis dahin steht Benni gerade am Kalender. Tu es für uns, Baby. Tu es noch einmal. Auf die Männer, die wir lieben und die wir kriegen. Danke, Uwe Karsten, für den Voice Track. Ja, wir machen heute zusammen Türchen Nummer 23 auf. Und was haben wir da drinnen? Ein Schwarz-Kirsch-Orange-Gselz von der Firma Simmler. Ja, das schmeckt bestimmt ganz gut am ersten Weihnachtsfeiertag zum Frühstück. Dann sehen wir uns morgen zum großen Finale am 24.12. Schönen Tag euch noch.